Birgit, ich werd' dich so vermissen! Sabine, es war toll mit dir! Die Wege trennen sich, aber in jedem Tunnel ist am Ende ein helles Licht! Tschüss! Ja, geh, geh! Aische, wir bleiben trotzdem noch in Kontakt, okay? Ja, ich hab' noch deine Nummer! Unsere Wege trennen sich, trennen! Chill, ich bin noch nur im Zimmer nebenan! Was? Da ich bei euch einziehe, teilen wir uns die Miete einfach durch drei, ist gerecht! Aische, die Wege trennen... Unterschreck' den Mietvertrag! Okay! Ich packe schon mal meine Koffer! Ich hab' Angst! Birgit, hast du vielleicht ein Bild von uns beiden? Ich würd' gern mein Profil mit ändern! Doch, Sabine, von uns beiden hab' ich leider keine! Mein Gott, da hatten wir beide unseren ersten Zahn verloren! Oder warte, hier! Mein Gott, da waren wir das erste Mal zusammen scheiße, ne? Melissa, ich will mein Profil mit ändern, schick' mal ein Bild von uns beiden! Aische, irgendwie haben wir keine Bilder zusammen! Was? Aische, ich kann nichts finden! Wir haben doch bestimmt mal ein Selfie gemacht, oder so! Aische, sind wir wohl befreundet! Macht dich bereit, Gold noch, und wir gehen Bilder machen! Ah! Ah! Ich werd' euch alle so vermissen! Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder! Ah! von dir wollen. Ja, natürlich nicht. Ich habe am Flughafen so einen heißen Typen gesehen, aber ich finde ihn nicht, der war blond. Warte! Markus Würzenberger. Bitte schön. Melissa? Du hast ja gesagt, dass er Jonas heißt, deswegen ging es ganz flott. Melissa, ich habe dir nur gesagt, dass er blond ist. Ich habe ihm einen Chip einpflanzen lassen. Sein Standort zeigt, dass er wohnt vielleicht im dritten Stock. Ich liebe dich. Ich dich auch. Frag mich wirklich, wer heute Geburtstag hat. Alles Gute. Oh mein Gott, wie ist es dir aufgefallen? Dankeschön. Oh mein Gott, in einer Minute kann ich meinen 10-Meter-Text abschicken. Ich liebe dich, Weltalleschönste. Vor 10 Jahren haben wir uns angesehen wie ein Ehepaar. Was ist das? Digga, du eklige, geh mal pennen. Was machst du hier noch süß? Ich habe das nur so geschickt. Denkst du dich mal in das ernste Opfer? Ich liebe dich. Gute Nacht, Alche. Ich dich auch. Gute Nacht. Ich liebe dich. Die Nägel sind voll schief. Genau wie deine Zähne. Ich habe wenigstens Geld, um sie mir machen zu lassen, professionell. Weißt du, dir nicht immer bei deiner Oma die Haare schneiden, weil du kein Geld hast? Achtung, du kriegst gleich wieder die Note 6, wie immer. Schöne Zähne hast du. Gibt es die auch im Beiß? Wie oft bist du eigentlich runtergefallen bei der Geburt? Achtung, Flugzeug. Es landet auf deiner Stirn. Meinst du, weil sie so groß ist? Hast du sie gerade beleidigt? Du hast doch gerade auch... Boah, ich darf das halt bei den Ebennäher. Ab jetzt haben wir Wechselunterricht. Ciao. Ciao. Ab jetzt Wechselunterricht. Aische, du bist Gruppe A. Äh, Melissa, du bist B. Was? Was? Pamela, das kann nicht sein. Wir sind beide A oder B. Beide. Es ist vom Start geregelt. Ich kann da nichts ändern. Nein, wir sind beide A. A. Aische. A, A, A. Ich bin Gruppe A. Ich bin Gruppe B. Aber das ist kein Problem, weil wir trotzdem beste Freunde sind. Ich werde unterbezahlt. Das Essen geht aber heucher auf mich, ne? Och nein, Mirgrid, du bist ein Scherz. Sabine, komm, sei ruhig. Du bist ein Schatz. Ich zahle. Ich zahle. Ich. Ich. 67,20 Euro, bitte. Ja, okay, schau. Okay, nein, schau. Okay, es ist okay, schau. Heute mach du, nächstes Mal mach ich. Ist wirklich voll okay. Aische, schau, mach du und dann ich mach nächstes Mal. Melissa, bitte zahl du. Nein, jetzt mach du einfach. Mach ich mal nächstes Mal. 50, 50. Okay. Es ist schon 20.31 Uhr. Um 20 Uhr muss ich im Bett sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Melissa weiß doch, als ich letztens mit Lukas gestritten hatte. Aische, das war vor 10 Jahren im Kindergarten. Er hat doch zu mir gesagt, du blöde Kuh. Weißt du, was ich hätte sagen sollen? Du bist selber ein stinkender Schuh. Und warum weckst du mich um 3 Uhr morgens auf? Ich hätte ihn so fertig machen können damals. Das war mein Referat über biologische Organismen. Das ist jetzt wirklich nur konstruktive Kritik. Aber, äh, Mathilde, das war nichts, ne? Die Präsentation Katastrophe. Ich hab heute leider kein Bild für dich. Ja, ja klar, das verstehe ich. Melissa, nicht lachen. Ich schwöre, wenn du mich zum Lachen bringst. Aische, ich werde nicht lachen. Chill. Wir kommen jetzt mal in meinem Referat über biologische Orgasme. Orgasme. Pfff. Pfff. Sechs. Mathilde, ich habe dir gesagt... Ja, oder... Mama, Sabine ist bei uns. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Ich wollte meine Stimme nicht erheben. Viel Spaß euch noch. Also, es tut mir leid, Sabine. Um Gottes Willen, alles gut, wirklich, alles gut. Du räumst sofort dein Geschirr auf. Hä, ich hab aufgeräumt. Dann liegt noch ein Messer. Das ist dein Ernst. Ein Messer, Mama. Ein Messer. Aische, halt meine Nägel. Eins gegen eins, komm. Eins. Melissa, ich hasse dich. Es war nur ein Messer. So, jetzt reicht's. Was malt ihr denn die ganze Zeit? Melissa. Aische. Melissa. Aische. Ich bin wie du. Du bist wie ich. Sport ist toll und wir schaffen das. Genau, denn wir sind so stark. Auf drei binden wir unsere Schuhe. Okay. Nicht stehen bleiben. Melissa, renn. Sabine, ich wollte dich fragen, hast du eigentlich kurz Zeit zum Telefonieren? Ich füttere gerade meine Fische. Du hast doch gar keine Fische. Ciao. Aische, hast du kurz Zeit zum Telefonieren? Melissa, warte kurz. Äh, soll ich dich gleich anrufen? Nein, nein, ich hab nur Durchfall. Warte, komm. Lass Videochat. Hey, girl. Na, ich ruf dich gleich an. Aische, was ist da? Wie geht's deiner Familie? Schwester? Tschüss. Könntest du vielleicht ein Bild von mir machen? Ah, achso. Danke. Melissa, könntest du vielleicht kurz ein Bild... Los, los, dreh dich schneller! Wo ist Kylie Jenner? Das ist Kondi, ich kann das hier. Melissa, ich hab Angst. Stopp! Wir gehen nach Los Angeles. Kylie? Oh mein Gott, Melissa, hör auf. Du wirfst voll hart wie Lukas. Der ist so heiß. Warum lachst du? Warte, ich schick dir. Hey! Dein Outfit schaut super aus. Deins auch. Melissa! Aische! Ja, es ist soweit. Ja. Ich bin wie du. Du bist wie ich. Wir sind Geschwister. Ich weiß. Keine Sau. Eine Eins! Eine Sechs. Ach komm, das wird schon. Nächstes Mal bist du besser. Ich hab gar nicht gelernt, aber ist mir auch egal. Ich schwöre, ich hab so viel gelernt, wenn ich keine Eins hab. Oh mein Gott. Was? Eine Eins? Ich hab aber gar nicht gelernt. Danke, Hemmeler. Eins. Eins. Schau, das Lernen hat sich gelohnt. Punkt. McDonalds hat noch Plätze frei. Du verletzt meine Gefühle.